Aus Island erreichen uns spektakuläre Bilder von gleich zwei Naturschauspielen. Direkt über einem Vulkanausbruch zeigten sich Nordlichter am Himmel. Der Vulkan nahe dem Fischerort Grindavik ist bereits seit Dezember aktiv. Der Ort wurde bereits wegen des Vulkanausbruchs evakuiert. Ganz in der Nähe des Ausbruchs liegt auch die Blaue Lagune, eine der bekanntesten Warmquellen Islands. Untertitelung des ZDF, 2020